Nummer 41. Römische Goldmünzen Erstmals gab es auch goldenen Lohn. Den bekamen germanische Krieger, die im römischen Heer als Offiziere gedient hatten, wenn sie in die Heimat zurückkehrten. Denn dann gab es römische Goldmünzen, sogenannte Solidi, auf die Hand. Diese Goldmünzen bereicherten nicht nur die Krieger, sondern später auch die Sprache. Begriffe wie Soldat, Söldner, Sold oder auch Solide gehen auf die Solidi zurück. Die beiden Hamburger Münzen hier zeigen Kaiser Arkadius. Er regierte von 395 bis 408 n. Chr. das Oströmische Reich.